wassup liebe youtube freunde und willkommen zu einer weiteren folge call of duty infinite warfare im multiplayer modus ich glaube ich nehme wieder die fhr40 freunde und wir mit der rocken wir jetzt ein bisschen ja wir rocken mit der hoffentlich freut mich an dieser stelle dass du mit dabei ist dass du mich hier nicht ganz alleine lässt aber jetzt müssen wir uns hier ein bisschen zusammenreißen ich will hier nicht versagen ich gehe mal hinten dann habe ich noch bekommen aber eigentlich wollte ich wieder rutschen und dann hat er sich wieder nur geduckt das habe ich immer noch nicht so wirklich drauf muss ich sagen das habe ich noch gar nicht so drauf die waffe streut halt schon extrem schade das kann nicht mehr viel gewesen sein eigentlich okay hier ist nichts ach manu warum treffe ich denn nicht wo bist du arsch jetzt ey boah das war ein komischer kampf so mal die punkte serie aktiviert so freundchen wo wo was war mit dem typen freundchen wie es halt einfach weiß wie es einfach weiß ich gehe wieder hier nach hinten ach wieder zwei wieder zwei die normalerweise hier jetzt raus wow ey wie schnell ich hier wieder down war es gibt echt einfach es gibt es nicht freunde wie ich hier schon fast sage 10 8 obwohl es ganz gut angefangen hätte aber so auch dennoch bekommen irgendwie so die frage kommst du hier nochmal einfach so schnell down so richtig und die ecke und schon ist die sache erledigt wie viele freunde wie viele freunde hier ist niemand ich traue mich jetzt nicht vor yo sehr geil ich habe extra aufgehört weil ich mir dachte die granate reicht ah manu jetzt habe ich das recoil nicht im griff gehabt leider oh 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 manu so moment mal wir haben eigentlich auch das hier das ich weiß es nicht wo ich es werfen soll aber ich mache einfach mal war nix ein Satz mit x das war wohl nix aber wir haben gewonnen 1913 na na ja na ja 1,46 Quote freunde das hätte auch besser gehen können aber wie heißt es so schön Übung macht den Meister ich hoffe es wird noch besser zumindest denke ich mir mal dass ich auf dem PC die größere Chance habe aber wir sind auf dem zweiten Platz zumindest ja wir sind auf dem Stockerl angekommen Freunde ja in diesem Sinne du weißt ja Daumen nach oben wenn es dir gefallen hat und solltest du noch nicht abonniert haben dann freue ich mich natürlich über dein Abo wäre eine coole Sache ich wünsche dir somit eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag hoffentlich wenn du wieder mit dabei bist in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht Tschüss